Grüß Gott allerseits zum dritten Lauf der Super GT heute und hier in Laguna Seca, beziehungsweise das Rennen ist ja von letzter Woche, aber wird schon interessant. Wir haben unser erstes Rennen, das nicht in Japan stattfindet. Wir nähern uns auch schon so langsam der Halbzeit des Cups, alle zwei Wochen ja die Rennen. Und ja, bevor wir jetzt Rennen reingehen, gehen wir erstmal in die Gesamtwertung. Da habe ich dieses Mal endlich eine Tabelle zusammenbekommen. Gucken wir kurz rein, die GT500, da ist DTM-Rennen-Tabellenführer mit 9 Punkten. Dahinter Kurt, Elias und MF jeweils 6 Punkte. Cannelloni 5 Punkte und ganz am Ende Andi und Smeddy mit 2 Punkten jeweils. Schlafkilos sind auch schön zu sehen bei Rennen mit 80, MF 20 und Kane mit 40. Beim GT300 ist Smeddy, das ist vorne. Ja, Smeddy ist in beiden Wertungen drin, weil das erste Rennen bei den GT500 gefahren ist und das zweite Rennen bei den GT300. Hat eben den Sieg im Vergleich zur AKP, der eben keinen Sieg hatte, deshalb Smeddy eben auch vorne. Das ist alles noch ganz eng, 4 Punkte, 4 Punkte. Ben und Tater 3 Punkte, Gutschlag und Timmy Turbo 1 Punkt. Smeddy hätte 60 Strafkilo, AKP 60 und Hater 40. Ben hat keine, da ist er im letzten Rennen nicht gefahren, da werden die wieder aberkannt. Bei der Teamwertung, gucken wir kurz, GT500, da ist das Team MF und DTM-Rennen ganz vorne. Voll schwaben NRW-Racing mit Kurt und Elias. Hinter Kane und Andi, wobei, muss man gleich dazu sagen, sind beide heute nicht dabei. Bei der GT300 leider nur ein Team mit Röder Motorsport, also AKP und Ben, das wollte ich eigentlich auch noch dazuschreiben, merke ich gerade. Das ist doch nächstes Mal mit dabei. Gut, dann kommen wir zur Aufstellung in diesem Rennen. Bei den GT3 ist Elias vorne vor MF und Renner. Mehr Teilnehmer hatten wir leider dieses Mal nicht in der GT3, aber ich denke, die drei werden einen ordentlichen Kampf unter sich ausmachen. Bei den GT... Scheiße. Gut, dann kommen wir zur Startaufstellung. Zuerst mal die GT500. Da ist Elias vor MF und Renner. Gut, dann kommen wir zur Startaufstellung. Zuerst mal die GT500. Elias hat hier die Pole vor MF und Renner. Mehr hat man leider nicht mal in GT500 dieses Mal. Da hoffen wir in Zukunft auch noch bessere Teilnehmerzahlen, wobei man sagen muss, die drei werden bestimmt auch einen super Kampf unter sich ausmachen. Die GT300 dagegen ist doch ganz gut gefüllt. Da ist ziemlich turbo vorne vor Benze, Mitzel. Feuerkuschlag auf 3, Grobi auf 4, AK auf 5 und Mr. Hater auf 6. In der Klasse der GT300. Man sieht hier, ich hoffe, es passt so einigermaßen von den Reifen, dass die auch richtig übernommen wurden. Also bei den GT500 Renner auf Mittel und bei den GT300 Ben, Grobi, AK und Hater auf Mittel. Also nur zwei auf Weich. Also das verspricht ein spannendes Rennen zu werden. Ich würde sagen, dann gehen wir doch auch mal rein. Ich hoffe, dass wir hier irgendwo eine Ampel bekommen. Ich mache natürlich auch noch die Anzeigen an. So, genau. Dann hoffen wir, dass es gleich gut losgeht in dieses einstündige Rennen. So, scheinbar geben es jetzt langsam Gas. Ja, das ist schon etwas betätigt. Da haben wir rechts oben das Licht. Und es geht. Los, ja. Oh, Renner hat die Kunden eine gute Reaktionszeit. Aber die Außenseite ist hier leider nicht ganz so bevorteilt. Von dem her, vorne bei den GT500 tut sich nichts. Hinten hat sich auch wenig getan bei den GT300. Die sind eigentlich alle ganz friedlich in diese Reihenfolge, auch in die erste Kurve rein. Schön. Haben wir schon zu beobachten, dass es hier wenig, äh, ja, Crashs gibt am Starten. Wobei es ist ja sowieso hier bei der Super GT ziemlich, ja, da geht es immer ziemlich fair zu. Von dem her, von dem her, jetzt schauen wir mal, was das Rennen uns bringt. Vorne, ich glaube, Elias geht schon ganz gut weg. GT500 technisch, Elias und MF ja auf Rennen weich. Die hinterher bei den GT300 wird es interessant. Timmy, aufweich, muss jetzt natürlich versuchen, um wegzuziehen. Ben auf mittel, kann versuchen, da die Position etwa zu halten. Buschlack, natürlich aufweich, muss schauen, dass er da wegkommt. Buschlack hinten weit draußen. Nicht böse sein, wenn ich mich in dem Rennen auch ein bisschen mehr auf die GT300 konzentriere. Das ist nichts gegen die GT500 vorne. Aber solange es da nicht zu den Duellen kommt, wie es jetzt momentan auch in der ersten Runde noch nicht aussieht, werde ich mich hauptsächlich auf die Klasse hier konzentrieren. Da wir hier auch die größte Teilnehmeranzahl haben. Grobi hinten, hat man gesehen, hat leichte Probleme mit den mittleren Reifen. Im Qualifying kann man natürlich noch bequemer auf die weichen Reifen dort raussteigen. Kann dann trotzdem auf mittel starten. Aber Timmy geht vorne auch schon ganz gut weg. Also, der versucht es hier voll auszunutzen mit den weichen Reifen. Boxenstopfenster, wie immer, zwischen Rennminute 25 und Rennminute 35. Also, wo geht Buschlack vorbei? Hinten ist erstmal Hater an A-Cup vorbei, weil A-Cup abgeflogen ist. Ah, bitter für A-Cup. Gleich zu Rennbeginn, zweite Runde. Auch wenn er mit Mitteln unterwegs ist, das kostet ihn natürlich viel. Das darf nicht passen, sonst war früher am Anfang. Hab jetzt natürlich nicht gesehen, ob es da irgendwie Kontakt gab. Aber er hat auch ziemlich gut an Grobi dran. Beziehungsweise die Kampfgruppe war allgemein eng zusammen, grob wie A-Cup-Hater. So ein Buschlack scheint sich da jetzt ein bisschen einzurechnen, beziehungsweise in Bänden scheint ein bisschen besser mit den mittleren Reifen klar zu kommen. Oh, da ist er auch weit draußen. Ah, da fliegt er fast ab. Buschlack versucht in die Lücke reinzugehen. Versuche sich natürlich nicht zu berühren. Wir haben ja schaden schwer, das musste ich ja selbst im letzten Rennen ein bisschen miterleben, wie das ist. Jetzt, so oft darf Ben das natürlich auch nicht mal anfangen. Es geht dann natürlich nicht nur um die Position, die er gegenüber Gohschlag verteidigen will, sondern auch um den Rückstand, den er optimiert. Insofern darf er sich das nicht allzu oft erlauben. Kommen wir mal kurz nach hinten. Der Grob und Hater ist eine schöne Lücke. Ist auch gerade ein bisschen was spannend zu tun, was wir haben. Kurz zum Blick auf die GT500. Der Renner kommt gar nicht so richtig weg von Timmy. Da sieht man mal auch, was es ausmacht. Die mittlere und die weiche Mischung. Elias kann vorne wegziehen. Vollzeit aber in GT500. Kommen wir mal kurz auf die Zeiten. 1.18 zu 1.19 bei MF. Bei gleichem Reifensatz. Das spricht doch eine deutliche Sprache. Und da sollte Elias theoretisch auch nichts anbrennen lassen. Kommen wir mal wieder nach hinten. Auf unser spannendes Duell der Reifengischung. Wo ist auch der Gutschlag den Weg vorbei? Können wir auch hier nochmal auf die Rundenzeiten gucken. Das war die dritte Runde. Da sind wir mal ein Unterschied. Ben, okay, hatte den Fehler in der Runde. 23.6 zu Timmy. 1.21.5. Zwei Sekunden. Sagen wir mal, der Fehler hat Ben vielleicht circa eine Sekunde gekostet. Aber trotzdem, ja, immer noch bei einer Sekunde. Und wenn ich sie hier natürlich gegen Gutschlag verteidigen muss, dann sieht das nicht ganz so gut aus. Dann kostet das erst recht Zeit. Da ist dann natürlich auch die Frage, inwiefern bringt es jetzt nicht hier unbedingt verteidigen zu müssen auf der Position. Da ist natürlich auch die Frage, wie, inwieweit kann Gutschlag überhaupt schneller fahren? Und wenn er jetzt auch nicht schneller fahren kann, beziehungsweise auch vielleicht die Reifen irgendwann mal nachlassen, weil es jetzt am Anfang noch nicht so aussieht, dann hängt er natürlich wiederum in der Gutschlag fast. Es ist durchaus sehr, sehr viel Taktik im Spiel. Wir haben H-Cup an der Box, weil H-Cup in die Wand eingeschlagen ist. Und Schaden wird mir jetzt nicht angezeigt. Ist er da vielleicht in die Box gerutscht? Könnte ich mir gerade gar nicht anders vorstellen. Weiß uns, wenn er keinen Schaden am Auto hat. Gucken wir mal kurz auf die Reifenmischung. Die ändert. Soweit es funktioniert. Kann auf jeden Fall tanken, beziehungsweise kann auf jeden Fall Reifen wechseln, also bedeutet, er ist nicht rückwärts in die Box reingerutscht und Gutschlag auf Abwägen. Wo ist Gutschlag? Gutschlag? Ah, du kommst zu langsam mit auf die Strecke. Das hat natürlich Zeit gekostet, der Abflug. Unglücklich für ihn, glücklich für Benni, weil der hat jetzt wieder einiges am Vorsprung. Gutschlag wird er ja auch insofern unglücklich, was das Podium beim GT300 angeht, weil Gutschlag ist nicht so weit weg. Genauso wie Hater. Also, die Zeit sollte er da nicht zu stark verlieren. Also, kurz nochmal einen Blick nach vorne. GT500, ob da jetzt die Abstände groß genug sind, können wir uns auch den Blick mal wieder nach ganz vorne erlauben. Der MF versucht weiterhin Elias so gut hinterher zu kommen, wie es geht. Elias, das fällt jetzt auch schon wieder auf, haben wir einen stärkeren Reifenbeschluss. Gibt ordentlich Gas, da versucht jetzt natürlich die beiden Reifen aus, damit sie so gut es geht. Nur klar auf die Runde. Letzte 1.17.8. Jetzt wieder 1.17.8, weil der bestimmt hier das Tempo. Der MF jetzt mit 1.18.2 persönlich schnellste Runde. Und der Renner ist eigentlich am interessantesten zu sehen. Er mit seinem mittleren Reifen fährt 1.26. Also konstant. Ach, ihr habt mich gerade um einen Pfeil gewundert vor Timmy, das ist A-Cup. Der jetzt natürlich auch schon überrundet ist. Also ein Rennen komplett zu vergessen für ihn. Können wir ja gerade mal drauf gucken, was für Reifen er hat. Hater greift Kobi an. Und ist vorbei. Kobi versucht zu kontern. Gelingt ihm nicht, da steht er ja sogar nochmal quer. Alter, da hat sich Hater vorbeigemogelt jetzt. Das hat sich aber auch schon so ein bisschen angedeutet, dass er ein bisschen mehr anspültet hat. Wobei die Pfeile jetzt nicht so eng beieinander waren, dass er wirklich in Ankriffsposition war. Kurschlag jetzt auch mit Respektsabstand. Hat keinen größeren Reihenverschleiß als Ben momentan. Wobei der auch als Reifenmörder gilt ein bisschen. Kommen wir gerade beieinander. Hater ist aber auch schon mit 10,9 gut dabei. Und ein Kobi habe ich vorhin auch ein bisschen, hat auch 10,9. Also GT300 sind an dem Punkt noch völlig offen. Gut, dann haben wir auch schon die ersten 10 Minuten des Rennens hinter uns. Das Feld hat sich eigentlich schon ganz, ganz ordentlich auseinandergelebt. Das engste... Ja, der engste Abstand ist momentan eigentlich zwischen Timmy und Arkab. Und die beiden sind schon eine Runde auseinander. Das ist der engste Abstand auf der Strecke. Ansonsten fährt jetzt jeder für sich seinen Turn. Wir haben in etwas weniger als 15 Minuten die Öffnung des Boxenstorfensters, wenn jeder die Reifenmischung wechseln kann. Und muss. Insofern, Arkab hinten war nah dran am abfliegen. Und sein Auto ist auch schon ordentlich ramponiert. Wir müssen natürlich schauen, dass er das Beste draus macht, dass die anderen vielleicht auch noch irgendwelche Fehler einbauen. Und hier gar nicht so unüblich. Auf der Strecke. Denn hier hat es keine asphaltierten Auslaufzonen. Außer vielleicht die erste Kurve ein bisschen, damit man auch ein bisschen mehr mitnehmen kann. Aber es kostet eine unnötige Zeit. Und sonst nehmen wir direkt neben der Strecke. Entweder Teppich oder Kies. Insofern sind Fehler da durchaus möglich. Auch wenn wir hier jetzt natürlich keine Probleme bekommen könnten mit dem Wind. Vorne ist... MF, MF ist langsam. MF ist ganz langsam. Was ist mit MF passiert? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Das sah irgendwie merkwürdig aus. Wenn er sich aus der Korkskuh rausgedreht hätte. Aber er fährt jetzt in die Box. Was bedeuten muss, er hat sich einen Schaden eingefangen. Auch wenn der jetzt nicht angezeigt wird. Ansonsten dürfte er auch nicht außerhalb des Boxens am Fenster an die Box kommen. Das sind ja die einzigen Gründe, Regen und Schaden am Auto, dass man in die Box fahren darf. Außerhalb des Fensters. Er bleibt bei seiner Weichung schon. So auch. Fällt jetzt natürlich mitten ins GT300 voll zurück. Bedeutet aber auch für die GT500, dass es jetzt eine noch eindeutigere Geschichte wird. Weil, okay, Renner darf in der zweiten Rennhälfte noch auf die Weiche muschen. Aber der Abstand ist jetzt schon 23 Sekunden. Elias fährt weiterhin absolut Top-Zeiten. Also wenn da die beiden vorne nicht ihrerseits noch einen Fehler machen, ist die Sache eigentlich schon so gut wie gelaufen, was die GT500 angeht. Bedeutet aber auch für die GT300, dass jetzt theoretisch auch, äh, ja, in der Gesamtwertung quasi im Podestplatz drin ist. Durch das, dass nur zwei GT500 vorne sind. Fährt hier Timmy gerade, gesamtklassewortechnisch, auf Platz 3. Sein Vorsprung ist jetzt schon bei 11 Sekunden. Mann, Benni kommt jetzt erst über die Linie, schau mal. Seine Zeit verändert. 12 Sekunden. Ah, Mann, das ist schwierig. Er fährt nur, äh, eineinhalb Sekunden schneller als Ben. Hinten hat sich was geändert. Hater war wohl weit draußen. Sieht zumindest so aus, wenn er neben der Strecke war. Wir haben ihn aber auch komplett innen. Das soll uns natürlich auch nicht die Innenzeit machen, weil sonst geht, äh, fährt da nach vorne natürlich auch alles weg. Speziell Guschlack, der, glaub ich, so langsam wieder auf Ben aufschließt. Ach nee, das ist im F, der an Guschlack dran ist. Noch mal interessant zu sehen, verteidigt sich jetzt Guschlack oder muss, beziehungsweise, oder lässt er einmal vorbei, dass wir beide nicht in der kleinen Klasse fahren. Wir müssen uns jetzt da natürlich aufpassen, dass er da nicht unbedingt jetzt jemanden von der kleinen Klasse raushaut. Aber, oh, oh, oh. Ja, Guschlack bleibt beharrlich auf seiner Linie. Jetzt, ja, jetzt ist es möglich, da muss Guschlack auch nicht vom Gas gehen. Zeigt ihm noch ein bisschen die Lichthupe. So, aha. Aber ansonsten ist das hier ein gleicher Kampf. Guck mal nach hinten. Elias fängt schon an zu überrunden. Hat sich Hater geschnappt. Als nächstes müsste Grobi drankommen. Also wenn der hier so weiterfährt, dann hat er, ja, je nachdem, bis auf Render fast das ganze Feld überrundet. Grobi ist ja auch am Limit. Wenn man hier den Kies berührt, da kann man natürlich auch ganz, ganz leicht abfliegen. Elias geht, Grobi geht vom Gas. Lässt ihn vorher durch. Ich glaube, so viel hätte er gar nicht vom Gas runter müssen. Aber gut, schauen wir nochmal nach vorne. Da ist Guschlack, da ist MF, da ist Ben, da ist A-Cup, okay. Ich dachte gerade, da sind vier Autos ganz nah beieinander. Aber A-Cup wird jetzt dann auch von Battle Royale mit. Wie ich schon erwähnt habe, natürlich kein wirklich glückliches Rennen für A-Cup. Der Dreher in der zweiten Runde, dann der komische Boxenbesuch. kann man dann natürlich extrem unglücklich sein. Jetzt wird es aber auch wieder interessant zu sehen, wie MF und Ben hier jetzt vorgehen. Na, hat Ben sich nicht gewehrt? MF hat sich gut daneben geschoben. Und dann hat sie sich die Sache ja auch schon geklärt. Also MF auf dem besten Weg, auch im Gesamtklass mal, bei der Platz 3 zu übernehmen. Ben muss jetzt natürlich schauen, der Vorsprung steigt nicht mehr zu stark. Also Rückstand wächst nicht mehr zu stark zu zimmeln. Guck mal, soll ich auch immer im Hinterkopf behalten, was die neue Reifenmischung dann nach den Boxensterban geht. Weil davon sind wir nicht mehr zu weit weg. Sieben Minuten hinten ist hinten lässt grobig Hater vorbei. Das sah komisch aus. Da haben sich die Beine gewehrt. Es sind auch zwei nah beieinander. Es sind A-Cup und Ben. Bei A-Cup wahrscheinlich gleich wieder Ben überrunden lassen wird. So, jetzt schauen wir mal drauf, was die Beine hier veranstalten. Irgendwie, immer wenn ich zu ihnen schalte, wie jetzt, sind sie nicht wirklich in Angriffsreichweite. Aber doch passiert dann bei den Beinen irgendwie was. Meistens. Weil ich jetzt nicht beurteilen kann, ob es da vielleicht auch Berührungen gab oder irgendwie andere Missgeschicke. Kann natürlich sein, dass Kobi jetzt gerade in der links zuvor im Kies war. Und deshalb sich da nicht großartig gewehrt hat, weil er da auch keinen Schwung hatte. Für die Beine wird es natürlich schwer. Geben wir mal auf Hater. Wie groß ist denn sein Rückstand auf Feuergeschlag? 21 Sekunden ist natürlich schon etwas groß. Um nachher mit der weichen Rückenmischung zuzuschlagen. Speziell Hater scheint immer wieder mal den Speed in der Runde zu haben und dann wird er ein bisschen abzufallen. Da fällt glaube ich ein wenig die Konstanz. Auch ist das Auto nicht ganz ruhig, wie man sieht. Und Kobi ist dran. Kobi ist dran. Wo geht er jetzt vorbei? Beziehungsweise wo will er in Angriff planen? Weil die Titeabstand wieder größer ist. Das ist nicht ganz mal ruhig. Ganz sicher haben wir in der Klasse ja Einheitsautos. den Lexus IS-53. Da dürfte es eigentlich keine großen Leistungsunterschiede geben auf der Geraden. Was natürlich einen Unterschied machen kann ist der Flügel. Wenn jetzt einer mehr Flügel hat oder einer weniger. Da kann man schon vielleicht 3, 4, 5 kmh rauskitzeln auf der Geraden. Das ist ein Riesenvorteil bekommt man nicht. Vor allem nicht auf so einer ich will jetzt nicht sagen Mickey Mouse Strecke. Aber sagen wir so die Strecke ist ordentlich kurvenreich. Und macht natürlich auch richtig viel Spaß. So Reifenverschleiß technisch habe ich schon lange noch drauf geguckt. Beschlagsabstand Zug Ben ist noch mal um einiges angewachsen. Ben Timmy haben einen ähnlichen Reifenverschleiß. Das ist auch interessant zu sehen. MF ist jetzt unterdessen an Timmy dran und Timmy verbremst sich da. Könnte natürlich auch sein dass er Platz gemacht hat. Aber wenn er Platz gemacht hat dann war das doch ein bisschen eine unglückliche Stelle für ihn weil er muss nicht Platz machen. Und so hat es ihm doch nochmal Zeit gekostet. Mal auf die beiden Streithähne zurück. Die Pfeile sind immer noch eng beieinander. Das ist eigentlich gerade unser spannendstes Tool was wir auf der Strecke haben. Gucken wir mal ganz kurz auf die Zeit. Abstands-Timmy ist bei glaube ich ca. 18 Sekunden oder 15 Sekunden sogar nur. 14 er wird kleiner. Weil jetzt langsam kommt der Vorteil von der mittleren Mischung noch zum Tragen. Gut schlags Vorsprung auf die die nachher auch weich wechseln dürfen ist 24 Sekunden. Also könnte es sogar noch eher was werden. Ich kann nochmal nach vorne gucken. Das sind zwei eng beieinander. Das ist Elias der Benne überrundet. Elias ich weiß wenig im Bild aber der fährt hier gerade einem total souveränen Sieg bei den GT500 entgegen. Allgemein ich gebe es zu nicht ganz das spannendste Rennen heute aber ja am Schluss eine 2-3 strategischen Kniffe die auf die Renndauer noch interessant wären. Vor allem wenn wir jetzt dann in weniger als 2 Minuten das Boxen zum Fenster haben und alles nochmal neu gemischt wird vor allem die GT300 Spitze die ist denke ich noch nicht entschieden. Lautes Podest bei den GT300 und das könnte spannend werden. Oh 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 da war Kobi gerade weit draußen gerade als ich wegschalten wollte weil ich wollte gerade mal gucken wie groß ist der Abstand von dem F zu Renner 19 Sekunden 19 Sekunden ja das war gerade ein bisschen irritierend Renner wieder um 42 Sekunden verlierst also der kann zwar gleich auf die weiche Mischung gehen aber das einzige was er im Prinzip machen kann ist den zweiten Platz sichern damit auch wieder wichtige Punkte für die Gesamtwertung so aber jetzt konzentrieren wir uns mal so langsam auf die Boxengasse weil ich glaube wir haben gleich die ersten die stoppen können die kann noch nicht aber bei Ben könnt zeitlich vielleicht hinhauen wenn er jetzt gleich zu Beginn reingehen will wobei ich glaube er ist noch ein paar Sekunden zu früh dran muss noch ein paar Sekunden zu früh ist natürlich unglücklich Uschlag bei dem wird es mich wundern aber jetzt dahinter wird wahrscheinlich AKP sein AKP ist an der Box im Fall habe ich richtig beobachtet AKP natürlich auf mittler gestartet will jetzt Aufweich Hater schaut uns wahrscheinlich auch zu dass Aufweich kommt da hinten ist ein abgeflogen Renner steht da hinten hat sich ein Schaden am Auto eingefangen da hat sich bei der Anfahrt zum Corks wohl irgendwie gedreht was da genau passiert konnte ich jetzt nicht sehen MF ist natürlich wieder vorbei Renner hat einen Schaden am Motor das kostet jetzt natürlich Zeit er kann in die Buchs kann auch die weiche Mischung gehen von dem her passt das jetzt zusammen aber natürlich sind jetzt die Chancen für MF wieder da was macht er denn da da hat hat er sich wieder gedreht ziemlich ist da jetzt vorbei wo ist Renner oh Renner kreuzt die Strecke bei laufend verkehr natürlich auch und glücklich auch eine andere Chance hatte er gerade nicht das hat ihn natürlich nochmal Zeit gekostet also MFs Chancen auf dem zweiten Platz sind so langsam bitte da zumal der jetzt mit seinen etwas frischeren Reifen von seinem Reparatur Stop noch ein bisschen länger draußen bleiben kann also da wird es bis zum Ende ausnutzen so nehmen wir die GT300 in den Blick wir haben Ben in der Box wir hatten Grobifoil in der Box ich glaube Hater war noch nicht stimmt sieht es bei Guschlag und Timmy aus Guschlag war auch noch nicht Timmy auch noch nicht okay sie haben ja natürlich auch noch Zeit Elias ganz vorne war natürlich auch nicht und MF das hatte ich angesprochen und da steht ziemlich lang aber ist jetzt wieder raus okay da steht es noch mittel dran aber das werden die weichen sein da haben wieder unseren beliebten Fehler im Spiel bei Hater werden sogar noch gewechselt die Reifen wie ist jetzt bei Grobih ist Krimi Wird jetzt auch interessant im Vergleich zu Hater weil die beiden die waren am engsten beieinander jetzt haben wir hinten noch einen in die Box kommt das ist Timmy so Grobih gegen Hater wo ist Hater gerade in der Box da wo es fährt das wird interessant weil Hater kann zwar innen fahren aber das bedeutend langsamer und da geht Grobih auch wieder vorbei da haben wir gerade schön im Bild gehabt also Grobih durch den Box Stop an Hater vorbeigegangen soweit ich das richtig gesehen hab wenn ich da in ein paar Minuten wo ich ja wo ich Renner beobachtet hab jetzt nichts verpasst hab so Gutschlag geht an die Spitze der GT 300 weil Tim in der Box ist wo ist Ben wo ist Ben ist nicht weit weg ist natürlich auch schon auf der Weichen Mischung Renner muss jetzt natürlich schauen dass er so schnell wie möglich an Timmy vorbeikommt den ist auch ziemlich eng ja Elias wo rutsch hat er und Renner ist an Timmy vorbeigegangen ok ok wir hat jetzt noch unser Spitzenreiter GT500 fehlt uns noch Elias mal mal kurz ins Bild nehmen der sich hier ganz allein durchs Feld tanken durch die Fehler von MF und renner natürlich jetzt noch mehr bevorteiligt wir hatten nicht nur ein 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 freies rennen sondern profitieren auch noch vom fehler der gegner in dem hat das schon deutlicher Sieg werden das kann ich jetzt schon prophezeien und es zur Hälfte des Rennens erst wir haben MF der noch fehlt an der Box wenn er interessant sein zu sehen wo er dann gleich raus kommt der wird jetzt richtig pushen wie gesagt es wird wahrscheinlich noch dauern bis an die Box kommt wir haben 5 Minuten das Fenster offen Hutschlag ist wohl auch dabei das voll auszunutzen mit dem weichen Reifen da haben andere schon früher reagiert wie Timmy Timmy und er waren ja die einzigen die auf weich gestartet sind insofern wir haben wieder zwei Pfeile hängen beieinander und das sind wieder Hater und Kobi die Duellanten des Rennens auch interessant Elias hatte vorhin Hater überrundet jetzt ist er wieder hinter Hater hat der Elias da etwa auch einen Bock reingehauen jetzt wieder an die Box gucken mal kurz ist was beschädigt ne war grad irgendwie ganz merkwürdig schädere was machen die beiden her oh bei dem mit kværstern So, Elias kommt aus der Box, wo ich einfach... Naja, bei Timmy... Oh, Leute, da ist es natürlich schwierig für Elias. Aber da wird man doch ziemlich aus der Box ausgespuckt. Meph ist noch ein gutes Stück dahinter. Muss aber wie gesagt auch noch. Und hinten, da tut sich was, da dreht sich Hater. Meine Güte, die beiden. Gobi und Tater, die haben hier echt ihren Spaß. Beziehungsweise, man sieht auch, wie sie am Limit kämpfen. Dann geht Gobi an die Box, aber er war doch eigentlich schon. Kann es sein, dass der sich einen Schaden am Auto eingefangen hat? Tater geht auch. Die waren doch beide schon, oder? Jetzt können wir hier gucken. Da steht noch die 1. Wenn wir gucken, wenn sie rauskommt, dann steht da die 2. Hater scheint auch ein Pausenmodus zu sein. Hinten dreht sich einer. Hinten hat sich einer gedreht. Das war Timmy. Timmy hat sich gedreht. Ah! Und hat einen Schaden am Auto. Meine Güte. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Der bisher souverän führende, weil ein GT 300 mit Dreher und jetzt auch mit kaputtem Auto. Muss natürlich auch nochmal in die Box. Das ist natürlich auch wieder die mittlere Mischung. Das bedeutet jetzt quasi mehr oder weniger Freifahrtstein für Ben zum Sieg. Weil Guschlack ist zwar momentan noch der Führende bei dem GT 300, aber er muss natürlich auch noch an die Box. Aber für Guschlack könnte es jetzt vielleicht was werden in Richtung Platz 2. Schauen wir mal, geht er jetzt? Ja, er geht jetzt. Jetzt theoretisch noch eine Runde rausziehen können, aber geht auch noch sicher. MF ist auch an der Box. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo kommen die jeweils raus. Guschlack fährt als erster raus. Wo ist Timmy? Timmy ist an der Kreuzku. Als zu weit weg. Wo ist Renner? Renner ist noch nicht mal an der Kreuzku. Also MF scheint nur sich den zweiten Platz untersichern zu können. Trotz des Fehlers. Und Guschlack hat Platz 2 bei dem GT 300 behauptet. Und ist sogar mit vernünftigen Vorsprungen. Müsste jetzt auf der mittleren Schuhe sein. Bei Timmy wird es wenigstens richtig angezeigt. Das ist schwierig für Timmy, der noch von ran zu kommen. Ich meine, nach hinten hat er Puffer. Weil Kobi und Tater hatten ja zusätzlichen Stops. Also man sieht so an den Fehlern, wie schwierig die Strecke da ist. Einen Zentimeter mal ein bisschen neben der Linie. Und schon müsst du... Ja, kurz vorab flogen. Da kommst du eigentlich auf den Guschlack. Da muss ich jetzt natürlich auch umstellen. Vor allem wenn man dann von der einen Ruhreifmischung auf die andere kommt. Guschlack fliegt ab. Wollte da glaube ich am F-Platz machen. Kann sich aber noch halten ohne Einschlag. Als nichts passiert. Aber es könnte ein Signal sein für Timmy. Timmy hat natürlich den Abstand jetzt nicht genau im Blick. Den er zu Guschlack hat. Normalerweise bekommt man den Abstand zum Führten angezeigt. In dem Fall also zu Elias. Und der ist ja bekanntlich auf und davon. Wenn man ganz kurz durchs Buchsenstoppfenster ist ja jetzt geschlossen. Es sind eigentlich alle soweit auf ihren Positionen gefestigt. Wir haben auch einen Fehler gehabt die letzte Runde. War nur eine 1,25. Aber wohl kein Einschlag. Oder ein Stopp, der war ja in der Box. Ja, stimmt, der war in der Box. Ein zweites Mal. Das sieht man mal. Der, ob das Fahrerfeld ist, war ein zweites Mal in der Box schon. Wegen kaputten Autos. Elias Souverän 1,19,6. Ja, Rennen fährt dann ein bisschen schneller. Man sieht ja, Elias 43 Sekunden auf MF und wir wollen da auf dem Rennen. Zwischen dem F und Rennen. Wird's interessant. Aber 30 Sekunden ist da auch ein bisschen viel. Ben in seiner Klasse hat natürlich einen Vorteil mit dem Reifenmischung und 33 Sekunden Fortsprung. Also, wird er nichts anbrennen lassen. Guschlack und Timmy 13 Sekunden. Das wird interessant. Und Timmy wiederum hat natürlich Fortsprung auf Groby und Groby. Ja, zwei Sekunden auf Hater. Der hat heute glaube ich auch nicht ganz den Speed. Da mithalten zu können. Dann schauen wir mal. Sollen wir uns mal in ein Duell auf der Strecke. Wobei die engsten sind die beiden. Groby lässt jetzt ganz fair Ben passieren. Berundung. Ja, schade, dass ich das nicht auflesen konnte mit Groby und Hater. Es hat irgendwie Kontakt gehabt beim Überholvorgang, weil es mussten ja beide an die Box. Es sah jetzt nicht so aus, als wenn sie da irgendwie kurz vor dem Einschlag wären. Oder, Gott, oder wenn sie da an der Wand haben wären. Ansonsten, wie gesagt, das Feld geht jetzt schön auseinander. Also es war jetzt echt richtig turbulent hier. Während der Boxenstopp-Phase. Hätte man gar nicht so gedacht, nachdem es eigentlich doch so ein bisschen vor sie hingeplätschert ist. Nur das Stratege Spannende hat sie jetzt natürlich ein bisschen erledigt. Ich denke, das Spannende-Duell... Oh, Groby, ganz nah am Kars. Ich glaube, das Spannende-Duell können wir noch im Platz 2 bei den Gäste 300 erwarten. Zwischen Buschlack und Timmy. Und natürlich, wenn jemand noch einen Fehler einbaut, ist es natürlich auch nochmal ein zusätzliches Spannungsmoment drin. Schauen wir doch gerade mal auf die beiden Buschlack... Oh, kurz vor dem Abflug. Da war er ganz weit draußen. Jetzt die Kurve drauf. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn durch den letzten Patch auch ein bisschen mehr... ...der Effekt von den dreckigen Reifen verstärkt wurde. ...und damit haben wir auch so manche zu kämpfen. Und damit haben wir auch so manche zu kämpfen. Ja, Kapp versucht sich jetzt wahrscheinlich gleich gegen den Buschlack zurückzurunden. Weil sie auf den besseren Reifen ist jetzt unterwegs. Gucken wir mal, ob der Abstand... Ja, wird geringer. Ja, wird geringer. Nach 20 Minuten Zeit. Ja, natürlich empfehle ich es sogar dazu. ...deutlich geringer. Also da kann es wirklich noch spannend werden zwischen... ...Timmy und Buschlack. Für Timmy natürlich bitte, dass er da den Sieg weggeworfen hat beim GT300. Oh Gott. Jetzt muss meine Kampfermusik. So, was machen die beiden jetzt hier? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gutschlack A-Cup einfach so vorbei ist. Kann natürlich auch sein, dass A-Cup jetzt einfach mal geduldig in der Gutschlack abwartet. Weil er muss ja eh auf die Fehlende aneinander warten. Timmy ist jetzt noch jemand ganz nah dran. Das ist Renner, der überrundet. Angespannt. Die sind natürlich nicht ganz einfach zur Cox-Kuh hoch. Ja, dann lässt er deutlich Platz wieder. Wobei dieses Mal war es ja auch im Mund, wo er jetzt auch wirklich überrundet wurde. Das kostet ihn auch eine Zeit. Und deutlich Zeit. Und da kommt Elias an. Uh, Timmy weit draußen. Haben wir uns halten können. Gucken wir nochmal beim GT500 rein. Die Aufteilung da ist ziemlich klar. Ja, Elias und Renner sind eng beieinander. Aber eine Runde getrennt. Und der Malfi ist komplett am anderen Ende der Strecke. Also, sollte da nicht noch einer den Fehler einbauen, ist das Ding ja nicht so gut wie entschieden. Ja. Renners Rückstand auf dem Malfi ist auch deutlich. 2-3 Sekunden. Renner kann gerade auch nicht schneller fahren als dem Malfi. Obwohl sie eigentlich deutlich unterschiedliche Reifenmischungen haben. Okay, da ist die Anzeige wahrscheinlich falsch, aber Renner müsste auf der weichen Mischung unterwegs sein. Ich bin hier souverän bei dem GT3. 45 Sekunden jetzt auch schon Vorsprung. Der ist ein einziger Rivale, der sich angedeutet hat. Und Timmy hat sich alleine durch den Treff abschädet. Dafür kämpfen jetzt eben Guschlack und Timmy. Der A-Camp hat sich zurückgerundet. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er da angreift. Könnte natürlich auch sein, dass Guschlack selbst den Betrug nicht mehr haben wollte. Und dann quasi gesagt hat, komm, geh da, geh lieber vorbei. Der A-Camp ist auf der weichen unterwegs. Guschlack und gegen die Anzeige. Müsste auch mittel unterwegs sein. Gerade mal gucken Mitteljäger. Ist nur ein bekleinander. Das sind ein Hater und ein MF. Oder ist das Före geworden gewesen? Hater. Guschlack, Guschlack war, glaub ich, neben der Strecke. Guschlack zappelt. Guschlack hat, glaub ich, einen Schaden. der dreht sich fast ein aber das sieht nicht gut aus bei guschlack der hat da treffer oder irgendwas ähnliches bekommen oder ist eingeschlagen schwer zu beurteilen aber auf jeden fall das wird wahrscheinlich wieder in die box gehen oder naja versucht er versucht es noch irgendwie verzweifelt warum hält er jetzt an weil er könnte ihr könnt ihr locker wenn er jetzt an die box fahren würde den dritten platz einfahren bei gt300 ich hab jetzt nicht ganz warum hält er jetzt weil es so kommt jetzt natürlich groby und hater verdient das war's dann im prinzip auch schon obi lässt der nev vorbei und hater kommt dann groby langsam wieder an als wenn die beiden aufeinandertreffen haben wir ein richtig spannendes aktuell in platz 3 was nach dem bisherigen rennverlauf wirklich außergewöhnlich werden könnte ja aber ich habe es ehrlich gesagt mit guschlack nicht absolut nicht das steht jetzt da außerhalb vom renngeschehen aber wie gesagt mit einem boxenstopp hätte er jetzt noch den dritten platz halten können jetzt ist akab auch vorbei schade truppen grob ich wieder kurz vorm abflug und hater ist dran nicht komplett dran aber so lang sind wir dran guck mal ich hoffe ich verpasse nix kommen wir noch mal kurz weg weil da wurde glaube ich akab wieder überrundet guschlack steht da immer noch mal gespannt ob der sich nochmal weg bewegt ben souveräner vorne timmy jetzt natürlich auch ganz allein platz 5 gesamt platz 2 gt300 und hater fängt hinten schon wieder lichthube an das wird jetzt unser duell ums podest beim gt300 grubi gegen hater und die haben uns ja in dem rennen schon besser zu halten vor allem mit 10 die wir leider nicht genau im blick haben konnten nein grobi verbremst sich fliegt ab und diesmal hatten wir es genau im bild da hat er fast die kameramann gefahren das ist natürlich bitter grubi schien schon früher das rennen über ziemlich am limit zu sein und jetzt hat hater natürlich hier beste chancen platz 3 bei gt300 rein zu fahren platz 6 gesamt gut schlag ist jetzt währenddessen aus dem rennen raus kann natürlich auch sein dass da was vorgefallen ist was ich jetzt nicht im bild hatte also das ist quasi vielleicht auch eine art protest ist weil da kam ja doch nicht die überordnungsaktion aber gut jetzt ist es wie es ist gut schlag ist ausgeschieden leider aber im sehr guten zweiten platz gt300 gelegen und rätzer fast mit einem dreher wieder und grobi kann er wieder vorbeigehen ja grobi ist wieder vorbei und dann ist grobi wieder zurück im kampungspodest ich dachte schon jetzt wird es ein bisschen langweiliger aber die beiden die bieten den besten unterhaltungsstoff hier wie weit ist eigentlich akk pindert denn ja ist leider ein bisschen zu weit sonst hätte er vielleicht auch noch geringe chancen bei dem was sie hier fabriziert sieht zum abstand technisch aus 1,8 sekunden rätzer hat eine deutlich schnellere runde als grobi und grobi ist ah grobi 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 ist wieder abgeflogen hinten das darf doch nicht wahr sein jetzt hat er seinen dritten platz zurück und dann fliegt er wieder ab und jetzt soohohoho ist es ganz eng und äh naja kam es noch zu weit weg aber au hk war gerade auch ganz nah am flug nein, 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 jungs jetzt ist hater natürlich wieder in der besseren position mal schauen ob er es jetzt rumbringt oder ob da wieder ein fieser Rutsche reinrutscht so zu sagen ja, aber sonst sieht das Ding jetzt doch 10 Minuten vor Rennende ziemlich wow gelaufen aus 10 Minuten wir haben hier hinten noch zwei beieinander das ist Ben und vor ihm MF MF hat wahrscheinlich überrundet ansonsten muss ich die Duelle echt suchen hier deshalb wundert euch nicht wenn ich da ein bisschen umherschalte ob das Rückstand auf Hater ist jetzt natürlich deutlich geworden und er scheint auch mit den abbauten Reifenprobleme zu haben vielleicht ist das sogar noch eine kleine Chance für AK-Bahn-Kobi ranzukommen aber jetzt ist ein vierter Hater ein und vor auf den dritten Platz bei GD300 entgegen Podest hätte er wahrscheinlich während dem Rennen am 2.3. nicht mehr gedacht aber wenn er es hier jetzt nicht noch wegschmeißt sollte das eigentlich gut gelingen macht schon ein bisschen langsam bereitet sich drauf vor von Rennende und Elias überrundet zu werden genau da macht er auch schön Platz von ersten und von zweiten ist Elias noch ein bisschen zu weit weg das ist jetzt wahrscheinlich auch das äh wo ist Elias? Elias? Elias war glaub ich grad neben der Strecke kann eigentlich gar nicht so oder kann eigentlich gar nicht anders sein der muss neben der Strecke gewesen sein weil da war es so nah dran vor der Kölfe da wollte ich links war auch vielleicht ein bisschen zu schnell das Auto zuckt auch ein bisschen hat doch vielleicht sogar einen Schaden am Auto könnte durchaus sein normal ist es dieses Zuckenlied was er grad hat normal ist es dieses Zuckenlied was er grad hat beobachten wird auch mal das ist jetzt wieder relativ normal äh ne nicht gar nicht nicht gar nicht ich glaube er hat echt was am Auto so jetzt würde er nicht so am Ende der Kurve ein bisschen geschlingern um zu schauen wo denn jetzt quasi der Mittelpunkt von Link hat ist das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen ja da hat der Zauber dann eigentlich geschlingert ok nochmal wieder nah dran am abfliegen aber er muss ja das Ding hier nur noch heimtragen quasi er hat 34 Sekunden Foschma auf MF also Boxenstop dürfte sie nicht erlauben der letzte Rundenball ist auch relativ langsam um zu schauen schauen wir mal wie die Runden jetzt war noch drauf bezogen dass er ein mittlere Reifenbücher fährt mit 1,20 so fährt er immer noch normal gut ich glaube 1,19 war vorhin das beste mit einem mittleren Reifen Von dem her Sollte er da reinbringen Oh, hey, so Ja, der hat schon Probleme, der Elias Ich glaube, da ist was kaputt Sollte er jetzt mit Aller Vorsichtheit dran können, boah Wenn er es nicht nur wegschmeißt Junge, Junge Aber er kriegt ja den Vorsprung angezeigt, den er auf MF hat Von dem her Aber da ist auf jeden Fall was kaputt Das kann gar nicht anders sein, sonst fährt er so nicht Da geht er, glaube ich, stellenweise Trotz allem noch zu viel Risiko Wenn er das Auto jetzt noch richtig wegschmeißt Oder die Wand sitzt, dann War es das natürlich erst recht Minuten vor Rennende Und da geht er wieder fliegen Junge, Junge Er lässt der Hater wieder vorbei Beziehungsweise der Hater fährt wieder an die Seite Für den ist das natürlich auch unglücklich Weil der, ich weiß nicht, wie viel Vorsprung er hat Aber eigentlich, das war jetzt wieder eine langsame Runde Gibt es hier etwa doch noch die Sensation am Ende Kommen wir gerade noch Ruby kommt natürlich dadurch jetzt auch wieder ein Hater ran Also die beiden dürfen auch nicht aus dem Blick verlieren Dann schauen wir Bleiben wir mal bei Elias Ursprung auf MF ist jetzt Hätte theoretisch sinken müssen MF kommt jetzt erst auf Startziel Ja, trotzdem, immer noch 34 Sekunden Okay, 31 Sekunden Oh, die Haltung, wenn er das Auto jetzt nicht wirklich da komplett wegschmeißen soll Sollte er eigentlich halten können Und da geht er wieder fliegen Da geht er wieder fliegen, der Junge Jetzt ist er mit dem Dreckengreifen Es ist auch schwierig, das Auto auf der Strecke zu halten Fahrt das doch in aller Ruhe rein Er hat den Vorsprung Er kann den Vorsprung sehen Man muss ja noch nicht so Harakiri machen Weil wie gesagt, wenn er jetzt nochmal in der Wand landet Und sich den Motor auch noch schrottet Dann war's das Dann kann er das Ziel gleich völlig abschicken MF ist noch weit genug weg Dann kann er natürlich auch E-Ton grob ist noch weit genug auseinander Also zur Vorsicht, ziemlich nah geguckt Schauen wir mal Drei Minuten hat er noch Vielleicht noch drei Runden Auch Das sollte er eigentlich einbringen Auch bei einem Reifenverschleiß Passt eigentlich alles soweit Alles im Allgen bleibt zu dem Rennen zu sagen Noch viele, viele Fehler Von den Beteiligten Das zeigt, dass die Strecke einfach mal anspruchsvoll ist Dass die Autos auch trotzdem viel im Antrieb Doch sehr anspruchsvoll sind Und wir würden uns über weitere Teilnehmer Würde ich sehr freuen Der nächste Lauf ist in Le Mans Und natürlich eine absolut Highspeed in Jagd Jo, die Landstraßen Das Ganze dann nächste Woche Unten der Link zum Forum Ja, und jetzt konzentrieren wir uns wieder höher drauf Kurz nachgetragen Der Lauf zu Le Mans kommt natürlich dann wieder eine Woche drauf Also heute in zwei Wochen So, jetzt schauen wir mal Bringt Elias das Ding herheim? Das ist die vorletzte Runde Dahinter ist alles erklärt Und ich will erstmal kurz nicht mal auf Platz Ziel Gucken gerade nochmal, wo ist Ja, Hayter und Grobis sind immer noch weit genug auseinander Wollen es nur vorsichtshalber gucken Nicht, dass ich da wieder was verpasse Dann begleiten wir Elias durch die letzte Runde MF sicher auf Platz 2 Renner auch sicher auf 3 Der hat, oh ja, bei MF ist sogar relativ knapp im Sprit So, jetzt zieht die Fahrt Ich wollte gerade sagen, jetzt zieht die Fahrt auch halt ruhiger aus Das tut sie dann doch nicht Elias wackelt das Ding herheim Immer auf die letzte Runde Aber er hat auch wieder einen Spiel einigermaßen gehabt Ist natürlich trotzdem kleiner geworden der Vorsprung Aber ist auch egal Er hat geschafft, er hat fast geschafft Keine Kurve noch, dann hat er es überstanden Glückwunsch an Elias Zum Sieg im dritten Rennen bei der Super GT Dahinter Da bleiben wir nochmal drauf Da kann nochmal gucken, der MF kommt da Aber jetzt gucken wir nochmal Oh, Grobi ist nochmal nah angekommen Und Hater Damit Hater dritter beim GT300 Grobi vierter MF Podium War ja auch nicht ganz so schwer A, Platz 2 nach dem Crash Dann doch erstaunlich A, Kamp 5 dabei GT300 Und dann haben wir hier jetzt, der kommt Timmy Platz 2 GT300 Freut er sich natürlich auch Brechend Aber wenn vielleicht noch mehr drin gewesen wäre Ben Da ist Oh ja, Ben da Ben ist der Sieger Der GT300 Klasse Souverän Nachdem sein Einzug Konkurrenten pflücken ging Glückwunsch an Ben Zu diesem Sieg Jetzt fehlt uns noch einer über der Ziellinie Das ist Renner Dritter Platz Aber wenn es nicht so lief Glückwunsch an ihn So, gut Dann kommen wir hier mit zum Rennergebnis Hier nochmal für euch in der Übersicht Wenn ihr euch das lang genug angeschaut habt Kommt auch noch die Gesamtwertung nach diesem Lauf Renner hat die Führung bei den GT500 behauptet Auch wenn er nur einen Punkt geholt hat Ist jetzt weiterhin ein Punkt für Elias MF Ist auf Platz 3 gerückt Eben mit 8 Punkten Die 3 haben jetzt auch entsprechend die Strafkilo drin Dahinter Alle anderen sind ja nicht angetreten Von dem her keine Punkte für die Leute Beim GT300 Ist Ben wieder an die Spitze geschossen Mit 9 Punkten jetzt 4 Hater 7 Hinter A-Cup Timmy mit 6 jeweils Medi ja nicht gefahren Und Gutschlag Ist ja ausgeschieden Teamwertung GT500 Weiterhin MF Berlin Und DTM Renner vorne Beim GT300 Haben ja leider nur ein Team Aber da sind wir auch weiterhin offen Für weitere Team-Anmeldungen Ich hoffe es hat euch wieder Spaß gemacht Zum Zusehen Und dann bis zum nächsten Mal In Le Mans Ciao